Warum lachst du denn so? Tiger. Tiger? Wo ist ein Tiger? Weiß ich nicht. Ich geh mal kurz was zu trinken holen, dann komm ich gleich wieder. Bleibst du kurz hier sitzen? Du darfst mich auf gar keinen Fall verraten. Wenn du dir sagst, dass du mich sehen kannst, dann kann der mich auch sehen. Ja. Und dann sperren die mich ein. Ja. Okay? Ja. Haben wir ein Geheimnis? Ja. Guck mal. Hallo. Siehst du hier einen Tiger irgendwo? Nein. Nein. Hier ist kein Tiger? Ja. Ist er ein Tiger? Siehst du in diesem Raum ein Tier? Nein. Ja. Ist ein Tiger gerade hier in der Nähe irgendwo? Nein, hab ich nicht verredet. Du hast nicht verredet? Ja. Ja, das passiert. Gibt es hier keinen Tiger? Nein. Nehmen wir mal einen Klapp aus. Wo ist der Tiger? Ich weiß nicht. Hast du nie einen gesehen? Nein. Das ist alles Schwachsinn, was ich erzähle? Ja. Gut.